In jedem Haushalt In jedem Haushalt gibt es Tag für Tag eine ganze Menge zu tun. Das meiste davon ist eher lästig. Kennen Sie zum Beispiel jemanden, der gerne bügelt? Bügeln kostet viel Zeit und kann ganz schön anstrengend sein. Höchste Zeit für eine innovative Lösung, die Ihr Leben leichter macht. Vergessen Sie Ihr Bügeleisen! Jetzt kommt der Steam Ironer von Pfaff. Die bequemere und schnellere Art zu bügeln. Zusammengeklappt benötigt er nicht mehr Platz als ein Stuhl. Und dank der komfortablen Rollen lässt er sich ganz leicht dorthin bewegen, wo Sie ihn haben wollen. Ein kleiner Handgriff und er ist bereit. Alles, was Sie brauchen, ist normales Leitungswasser. Einfach einfüllen, schon nach kurzer Aufheizzeit kann es losgehen. Je nach Material stellen Sie die Temperatur und die gewünschte Dampfmenge ein. Einer der Gründe, warum das Bügeln mit dem Pfaff Steam Ironer so angenehm ist, liegt in der Tatsache, dass Sie während der ganzen Zeit bequem sitzen. Sie bügeln ohne jeglichen Kraftaufwand, garantiert alles, was aus der Waschmaschine kommt. Das Prinzip ist sehr einfach. Sie legen das zu bügelnde Wäschestück ein und betätigen die Fußschaltleiste. Die Bügelbalze setzt sich in Bewegung und presst das Bügelgut auf den Heizschuh. Gleichzeitig durchdringt kräftiger Dampf schonend das Gewebe. So schiebt sich das Wäschestück quasi wie von alleine durch und kommt perfekt geglättet hinten wieder heraus. Sie müssen es nur noch zusammenlegen. Fertig! Beim Bügeln von besonders großen Sachen wie Bettbezügen oder Tischtüchern ist der Pfaff Steam Ironer absolut in seinem Element. Die Bügelfläche ist um ein Vielfaches größer als die eines normalen Bügeleisens. Vorheriges Anfeuchten der Wäsche ist nicht nötig, denn sie bügeln ja mit der natürlichen Kraft des Dampfes, wahlweise in drei unterschiedlichen Stärken. Ob Leinen oder Baumwolle, durch den enormen Walzenbruck verschwinden selbst hartnäckigste Knitterfalten. Auf der großen Ablagefläche legt sich das Bügelgut schon fast wie von selbst zusammen. Was viele nicht glauben, mit dem Pfaff Steam Ironer bügeln sie sogar Hemden und Blusen viel schneller und perfekter als mit jedem Bügeleisen. Als einzige Bügelmaschine auf dem Markt hat er zwei seitlich offene Heizschuhenden, so kommen sie überall hin. Die Bügelwalze ist übrigens hochelastisch und sehr weich, deshalb sind auch Knopfleisten überhaupt kein Problem. Mit ein bisschen Übung benötigen sie für ein Hemd garantiert weniger als drei Minuten. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Perfekt gebügelt, wie aus der Reinigung. Ob große oder kleine Hosen, mit dem Pfaff Steam Ironer kriegen sie alles glatt. Auch hier sind die seitlich offenen Heizschuhenden von Vorteil. So lässt sich Rundgeschlossenes, wie zum Beispiel ein Hosenbund oder T-Shirts, problemlos bügeln. Übrigens, die Wassermenge reicht für circa vier Stunden. Geht das Wasser zur Neige, wird dies am Bedienpult angezeigt. Dann füllen sie einfach Wasser nach und bügeln weiter. Mit dem Pfaff Steam Ironer können sie nicht nur Wäsche bügeln, sondern auch auffrischen. Zum Beispiel einen Wollpulli. Schalten sie auf Dauerdampf und führen sie das Teil einfach über den Dampfschlitz. Einmaliges Durchziehen reicht und die Fasern richten sich von alleine auf. Empfindliches, wie Wolle, Samt oder Niki, wird auf diese Weise schonend aufgefrischt. Perfekt und einfach, in der Hälfte der Zeit. Und jetzt sind mal die anderen dran. Die Bedienung ist so einfach, dass jeder damit zurechtkommt. Am besten, Sie probieren es bei Ihrem Pfaff Fachhändler selbst aus. Bringen Sie doch gleich Ihre Wäsche mit. Der Pfaff Steam Ironer ist eine Investition fürs Leben. Sie sparen wertvolle Energie und vor allem Zeit. Ihre Freizeit. Denn Sie haben doch sicher noch etwas Besseres vor, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.